Kapitel 4 Flucht Ok, so siehts aus Da gehts jetzt hoch Immer die Wand hoch Sneak Und gute Nacht So, ist noch jemand hier? Ja! Signal entdeckt Wir verlieren uns Ich bin tot So weit es geht, will ich hier entdeckt bleiben Vielleicht könnt ihr unten den Seilbarn schnupfen Das wäre mega Ich fährt wahrscheinlich nichts Das ist einfach Da brauchen wir einen Schlüssel für Ach du Scheiße Habe ich mal gar keinen Bock auf den Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Es ist ein bisschen dumm, direkt frontal auf ihn anzugreifen Oh kacka, wieder hier Vielleicht können wir es ein bisschen sneakier Oh kacka, wieder hier Das wäre eine gute Idee, wenn wir so schnell wie möglich nicht entdeckt würden Ich habe auf so einem Arenakampf nicht wirklich Bock Eine Teilung rum, ist nicht zu profil gerade Es ist nicht hier, dann wird es nicht hier Es ist nicht hier, dann wird es nicht hier Sneaky, sneaky, sneaky Vielleicht können wir uns irgendwie in den Posen vorbeischleichen Ich bin hier selber ein Pferd, nicht von alleine Da ist einer Die können wir uns sehen Verdammt Wir haben uns gesehen, Alarm Ich lauf mal hier rein Heilung bräuchte noch nicht Ah, das scheint ein Commander zu sein Kommandant Ach scheiße Wo ist der Große? Kommandant müssen wir loswerden und den Großen Hier irgendwo ist der Kommandant Da ist der Kommandant Deckung, 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 Deckung Hier ist so ein Geschenk, so ein großer Ein mittelgroßer Hier muss ich aufladen Oh oh Wo ist die ganze Heilung, wo man sie braucht? Heilung Heilung Das ist mein Zon hier ist Nochmal Munition Anzahl Anzahl Gute weiter planen Munition Hängung wäre jetzt ein bisschen teuer Der Große kann hier nicht runter, oder? Der Große kann hier nicht runter, oder? Wo ist der Große? Von der anderen kriege ich hier gerade keinen Angriff Ach da bist du Nein Keine Keine Anzahl Keine 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 Okay. Von der Leine fährt das durch immer noch nicht. Was machen wir nun? Munition. Hier können wir gleich... Da wird wahrscheinlich ein neuer Alarm kommen. Beziehungsweise werden wir auch so ausgestattet hier. Nazi Gold. Okay. Und eine Errungenschaft habe ich bekommen. Das war klar. Das war klar. Ich darf die Hund jetzt nicht noch einen großen. Woher... ...auf dem Feld schießen ist jetzt nicht so gerade gut. Ein bisschen Schutz suchen. Obwohl das hier auch nicht wenig offen in das Feld ist. ... 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 die flucht noch ein bisschen schießen ist wahrscheinlich aus der luft angerufen nein werden wir nicht am jammer und tolle aussicht verdammt jetzt ruhe da drüben ok wie kommen wir jetzt hier raus ich wurde auf halber stricke angehalten wir werden doch wohl nicht so wahnsinnig sein da rüber zu hüpfen doch wären wir ja 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 ganz ja ja wer zieht sich zurück ich doch nicht steht er da und wartet zu und er geht weiter der war noch hier hier muss ich weiter ach scheiße bombenschuss er habe ich auch nicht mehr hinter mir das dorf kurz mal ein bisschen das ist nicht gut der geht ja da oben kann ich effektiver schießen mit ok ok die drohen abschießen dann schießt ihr uns ab ich sehe nicht wo es mir schießt verdammt ok schockkammer später brauchen wir den hier ziehen zu können behalten wir am besten und nicht gleich ziehen er ballert oben rein deswegen die drohen kaputt die drohne verdammt ich brauche eine bessere waffe wenn der rums zurück jetzt nicht jetzt nachladen auf wo soll ich hinschießen ich sehe da niemanden ich treffe niemanden ach so ich muss da hoch das sagt mir doch mal einer ok jetzt sehe ich das endlich vom dach aus können wir weiter rutschen dann so machen wir das zu und hab hier jetzt ich habe ich jetzt die truhen abschießen warum steht die noch? verdammt das war was anderes schnee raustauchen aha der seibern kuh schlechte 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 aha bist du dir da sicher? aha da geht doch gleich mit dass sein freund weg ist ich will lieber den großen ausschalten ich hätte noch das ding hier machen können aber komm dann weg die bomben die streamen ist da ohne weg länger steckt hier noch an arm irgendwo lebt hier noch einer es kommt auch keiner mehr ich hab die verstärken ausgeschaltet und weiter geht's diese stromgewehre sind dann noch die liebsten könnte ich am schnellsten effektivsten ziehen aber wo werden wir jetzt hin? hier sind wir jetzt einfach im kreis gehopst ah hier da wo die nazis niemals hochkommen das ist natürlich doch der zähler weg den wir gehen sollen ok ich dachte Ich dachte mir, wäre überhaupt Deckung. Wäre überhaupt Sneak Modus. Verdammt, ich wollte da oben einen Turm. Schützturm. Wenn wir was machen können. Was waren das gerade? Geschossen, um die Geschossen zu haben. Ich brauche meine zweite Staffel. So als Stummgewehr. Warum lebt der noch? Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist ein Dreck? Ach verdammt. Ach verdammt. Wir sind noch weit gekommen. Die Taktik benutzt ein bisschen mehr als rumrennen. Als ob der es gesehen hat oder nicht. Na komm. Die Taktik ist zwar kleiner, aber... Wo ist denn der Sack? Der ist tot. Der ist tot. Na komm. Was mache ich denn noch hier? Na komm. Den kleinen weg. Den großen Müller auch noch. Alter Schwede. Das war heftig. Das war heftig. Neee. Näh. Die Taktik. der oben am turm steht weg zu kriegen das auch früher, aber habe ich schon versucht Um es da hoch zu rennen, das bringt nichts. Hier wird es hart. Hier kommt. Hier kommt Heilung. Jetzt bin ich hier mal durch. Ach du Scheiße, was bist du denn? Das habe ich nicht kommen sehen. Warte, 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 da muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Mit den kleinen hier. Ja komm, als ob das nicht zwingt. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ich hoffe, ich habe einen save-point. Dann geht denn der da unten? Irgendwo noch ne Heidung. Mietkit 40, zumindest was. Als ob der nicht geht. Frisch wird hier meine ganze Munition. Die geht einfach nicht da unten. 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 Die geht einfach nicht da unten.